Mit dem Fussball vergisst man einfach alles. Mein Vorbild ist momentan Verratti. Das hat man gerade bei der EM gesehen. Seinen Einsatz, seine Ballsicherheit. Mir gefällt einfach sein Spielstil. Ich vergleiche mich mit ihm. Heimat ist ein Ort, wo man sich wohlfühlt. Man muss sich, wie das Wort schon sagt, zu Hause fühlen. Beim FC Zürich fühle ich mich schon seit ewig zu Hause. Ich habe meine Kollegen hier. Ich wohne hier. Darum ist das für mich Heimat. Neben dem Fussball sind meine Familie hier für mich. Meine Freundin, meine Kollegen. Ich rede viel mit ihnen. Ich suche Kommunikation. Sicher möchte ich irgendwann mal einen Schritt ins Ausland wagen. Ich glaube, jeder Fussballer arbeitet dafür, dass er irgendwann mal in der Top-Ligen spielen kann. Mein Ziel ist, in einer der grössten und besten Ligen zu spielen. Fussball ist eine Freude. Ich spiele Fussball, weil ich Freude daran habe. Ich kann einfach meine Gefühle rauslassen. Ich vergisse alles, was rundherum passiert. Probleme oder sonst irgendwelche Sachen. Mit dem Fussball vergisst man einfach alles. Und darum liebe ich den Fussball so sehr. Lebensmotto. Wie ich vorhin schon gesagt habe. Einfach Spass haben. Wir müssen nicht zu verkrampft sein. Einfach das Leben geniessen. Spass haben. . .